Moinsen! Oh, das war ein Schilder, ich bin doch! Hey! Oh ja! Romantisch! Cool! Problem damit? Ist das ein neues Haus? Das ist dieses... Neue Nachholzeichen, ne? Das ist das, was wir nicht verstecken. Das ist das, was wir nicht verstecken. Bist du hier? Ja! Rede mit uns! Stoß im Keller, ich mach einen an! Was liegt denn da? Okay, das ist bestimmt kein Hinweis. Oder? Nein! Bist du hier? Rede mit mir! EMF 2 im Keller? EMF 2 im Keller? Nein! Ja! Ich hab das Licht angemacht! Ich glaub im Keller! Irgendwo die UV-Lampe fallen gelassen! Verkackt! Soll ich die leuchten? Was? UV-Lampe! Ich hab noch einen! Achso! Ich geh einfach nur mit UV los! Habt ihr gehört? Ja! Wir haben's gehört! Kevin ist los! Willkommen! Stefan! Bist du hier? Rede mit uns! Sprich mit uns! Oder sprich zumindest mit mir! Kannst du mal kurz das Lied ausmachen? Ja! Ich geh noch mal kurz drauf! Bist du hier? Wie alt bist du? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Sprich mit mir! Oh oh! Wann hab das tot? Bist du hier? Sprich mit uns! Wie alt bist du? Antworten! Verbieg dir Scheiße, Mann! Ich kann das Rauschen nicht mehr ab! Wann? 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 Gar keine Ahnung! Ich geh nochmal woanders hin! Hm, ja! Geisterbox liegt aber dein... Dings! Bist du hier? Hallo Kevin! Hast du was? Ich hab nicht mal die UV-Lampe! Hast du wenigstens ein Geistergegenstand? Ich hab die ganze Zeit die UV-Lampe besucht! Ja, bei ihm! Wollt ihr den Stint oder was? Fing! Ist so! Wir legen ihm einfach alles hin! Er macht das! Ich war gar nicht die ganze Zeit bei dir! Ich war ja alleine! Ich war ja auch alleine als Dings weg war! Leck meinen Arsch! Leck meinen Arsch! Schreib bitte... Schreib ins Buch! Leck meinen Arsch, Mann! Wieso antwortet ihr dir? Schreib bitte ins... Jetzt hier was bewegt! Ja, viel Spaß! Schreib ins Buch! Habt ihr die Bilder hier so umgeworfen? Nein! Schreib ins Buch! Schreib ins Buch! Schreib ins Buch! Die Kamera liegt im Flur hinter dir! Schon wieder Poltergeist? Ey! Ich weiß nicht wo diese schlecht Vorlampe sein sollen! Man sieht! Hier wieder lila Licht ist, wenn man nicht drauf leuchtet! Ja! Aber ich sehe keine Kamera hier! Ja, keine Vorlampe! Ja! 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 Und dann fangen wir uns an! Ja! 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 hast du voll weggeworfen Oh Ey Muss dein Schrank sein, ne? Ja und nein Kann man hier mit dem Keller bitte die Kamera drum stellen? Ich bin der Boss Scheiße Hier Kevin Entschuldigung Äh, was willst du? Äh, die Kamera im Keller bitte einmal umstellen Die bin schlecht hingestellt, wenn ihr im Keller seid Wenn dich, kann ich auch selber gucken Mach Jagd Hallo Na, was bist du für ne Schönheit? Okay Rutschel ist nachgegangen Ich bring mal nen Krutzfüchs im Keller Mach den Wahlen, Herr, ich glaub Krutz ist tot im Keller Wie Krutz ist tot im Keller? Ich lieg doch hier Krutz ist tot im Keller Ich bin nicht tot im Keller, ich bin tot hier oben Ich bin tot hier oben Hier Ich bin tot im Keller Ja, da bin ich Geist, komm hierher Hier holen sie ihn dann Spaß Ich will gerne diesen Krust Gegenstand finden Das wär cool, wenn man den irgendwie leichter sieht als Geist Das man den anderen noch irgendwie helfen kann Das wär cool, wenn man den irgendwie leichter sieht als Geist Wo ist der Krustgegenstand? Ich bringe mein Ding zum Keller Ich bringe mein Ding zum Keller Ich bringe mein Ding zum Keller Hallo Daniel Hallo Irgendwie war das zwei verschiedene Geistermodelle Einmal ist er gekochen und einmal ist er gestanden Ja War das das Zwillinge oder? Könnte ein Mimic sein Ich hätte jetzt Mimic gesagt Okay Okay, es muss nicht unbedingt ein Kräutergeist sein, weil die Mimic ist auch noch offen Ich hab' keine Ahnung, wo der Gegenstand ist Ich würd's ja cool finden, wenn man diesen Krustgegenstand sehen könnte als Toter, dass man den anderen so noch hilft Zimmert ist auch leicht erfolgreich schon Ja, ich find' eigentlich auch kein Zufall gelassen oder liegt das schon im Keller Ja Ja, Keller, wie wir sagen, bist du am besten Lot sich mein Keller Hallo Daniel Hast du Raum? Genau Ja? Okay Komm mal Ja Nein 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 Okay Da ist doch noch ein Buch Du Oh, das ist nichts Oh So, schreib etwas ins Buch Du Du Wäre cool, wenn ich da jetzt rein schreibe könnte Penis reinmalen Tja So, schreib etwas ins Buch Äh Luzi mal, das... Luzi mal hier, ja Du S Wurzuch? Hier ist das Kruzifix das hier Willst du dir zeigen? Wo ist das Kruzifix? Oh ne, hat er schon Soll ich eigentlich hier hingelegt? Oder soll ich das nicht wollen? Hier aber ist eigentlich Hier aber ist eigentlich Schreibe etwas ins Buch Oh don't, wer bin ich schon? Deute mal auf die Kamera bei ihm Dass er die umsetzen soll und gucken soll Man sieht eigentlich ein Orb bei Dings Man sieht ein Orb? Schreibe etwas ins Buch Eigentlich steht da was äh, im Text Ja, wie soll ich denn das? Ja, wie soll ich denn das? Das ist ein Zeichen Schau doch mal her, Kevin Was ist das? Ne Kamera Ja, ne Kamera aber Ah, warte, es gibt ne Kombination wo man Dotz nur durch Kamera, glaub ich, sehen kann Ich darf Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus Wie hardcore ist das denn? Als ob Dotz so schon geil ist Das wird jetzt aber aussehen Oh mein Gott Oh mein Gott Wieso können wir eigentlich nicht über den Rechland gesprennt weil wir tot sind So, dann gucken wir doch mal ein Wow Wow Kann alles auch einer besser sein Woltergeist-Rantomen gehen Ich sag mal Meck mit zu 99% sicher Ja, wo soll man aufgehen? Ja, wo soll man aufgehen? Kann man aufgehen? Ich bin da jetzt ja, wo der war Mein Ball Haben wir einen Thermometer gehabt? Weil ich erkenne das mit dem Artimer nicht so oft Weiß du auch Daniel hat mir Thermometer? So, Sanity ist noch nicht ein Ich glaube nicht Okay, dann geh ich noch mal rein Ja, dann geh noch mal rein Oh, ich weiß nicht Ich weiß nicht Ja, geh mit mir Hey Was ist hier noch was mitgeschossen? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ich hab's mir noch rein Ich glaub ich hab meine Leute schon gelootet Hier dann in den IMF können wir eigentlich Schubladen zu öffnen als Geister? Nee, ich glaub nicht. Doch können wir. Echt? Man kann keinen Schubladen öffnen? Ja, ist Kevin tot? Hat der gerade auch gemacht? Nee. Okay, und dann könnten wir vielleicht mal einen Schubladen nach Cursen scheiße suchen. Leul, da bin ich eindeutig benachteiligt als PC-Spieler, ich kann das nicht. Tja, weißt du was du tust? Guck mal, ob du dieses Schrank-Ding hier aufmachen kannst, bitte. Den hier? Ja. Leul, ich kann das nicht, ich kann das wirklich nicht. Ja. Deshalb können wir auch spielen, ist hier was drin? Ich wünsche, ich könnte auch weiter als 50 Zentimeter kommen. In dieser geistigen Sicht hier. Guck mal drauf. Wieso ist denn da nirgends was drin? Irgendwie so ein cooler Gegenstand, der uns hilft. Und das darf ich nicht aufmachen? Trotzprojekte brauchen. Trotzprojekte, aha. Ich bin ganz klar, und jetzt noch lange kommt. Und dann noch nicht mal rein. Wer sind da nirgends was drin? Und dann noch nichts. Nirgends, gar so ein bisschen wie einezuwahrer ging. Scheiß Wackelkontakt, den ich hier irgendwie habe. Das Kabel ist nicht richtig drin. Ah ja, jetzt habe ich ein Teddy und ein Dings dabei. Das ist eine Heizung, da kann ich jetzt aufmachen. Dass der immer noch lebt. Lacker. Das ist eine Heizung. Wo ist das Cursed Item, wer wisst denn eins geht? Oh, das ist doch nicht wahr. Eigentlich sind dort. Dort, 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 dort. Hey Mann, komm mal, dann willst du mir was sagen. Okay. Ja, da ist wieder Buch noch Dotz. Du schaust mal einen Dotz nach oben. Jo, Dotz, dann mal nach oben. Er ist ja hier auch gestippt, direkt hier in die Treppe. Oh. Oh. Danke. Hi. Ja. Komm, hier oben in Gaw. Komm, hier oben in Gaw. Hier oben in Gaw. hallo hallo ich glaube man kann nicht im Garten und es seht wie der Poltergeist von deinem Milch denn hier fliegen die ganze Zeit Sachen rum da fliegen Sachen rum so, das Handy 5 wie hast du? Achso, er hat die ganzen Drohungen genommen ich friere aber die friere wäre aufgefallen ja Holter Buch ja, schreibt da auch nicht rein ja, dann ist das so du ja, da ist das so gar nicht, okay ja, da ist ja noch ein kleines um und er wird jetzt was sagen sie los wollen war er er hat auch wieder nichts für ein Verschonselhaus aber auch auch Mimik Mimik ganzer Mimik ich weiß es nicht, ich hab keine Weiß gesehen wie hat mir noch aufgefallen? Da hängt ein Ohrbär erschienen was da so stand bei der Mimik wir sind nicht von Geisterkugeln in der Gegend das nicht du bist nichts wir haben uns Poltergeist eingetragen und gehen bye was? was sollen die ganzen Dinger dann die umgeschmissen worden sind? ich die ganze Zeit nur von Daniel hör safe call das ist Mimik Mimik und du sagst ja Poltergeist aber der hat doch so viel Dinger umgeschmissen das Ding ist halt auch war Phantom überhaupt zur Auswahl? bei der ersten Jagd war das so eine stehende Silhouette im zweiten Mal hat sie gekrochen also irgendwie aber das klingt eher nach Zwingen dann wir sind einfach scheiße ja aber das hat nicht gepasst von den Hinweisen ja und Phantom hat das gepasst? ich glaub es war Phantom, Dings oder Mimik ich glaub es war Phantom, Dings oder Mimik